Getrennt zusammen, getrennt zusammen, Sabine Blöchel lebt viele Jahre in einer On-Off-Beziehung. Eifersucht, Lügen, Betrug, all das lässt sie über sich ergehen, denn die Vorstellung, alleine zu sein, ist noch schlimmer. Herzlich willkommen bei ERF MenschGott und herzlich willkommen, Sabine Blöchel. Hallo. Was hattest du für eine Vorstellung über eine glückliche Beziehung? Ja, ich habe mir eine Beziehung vorgestellt, sodass ich einen besten Freund neben mir habe, aber der halt einfach mehr ist als ein bester Freund. Also Samstag, Samstagmorgen aufstehen, gemeinsam frühstücken, reden und shoppen. Genau, und zum Beispiel einfach in der Stadt gehen und Händchen halten. Eigentlich wollte ich diese typischen Sachen irgendwie, sodass ich merke, dass er mich liebt, dass ich die Einzige für ihn bin und dass er mich einfach wertschätzt, mal umarmt, mal über den Rücken streichelt. Oder ja, genau, das waren so meine Vorstellungen. Du warst Anfang 20 und dann hast du jemanden kennengelernt und hast gehofft, dass das diese glückliche Beziehung wird, richtig? Genau. Wie war dieses Kennenlernen für dich? Naja, ich war beim Feiern, was man halt so macht, wenn man noch nicht so lange getrennt ist und man eigentlich einfach Spaß haben will mit seinen Schwestern, Freundinnen und so weiter. Das heißt, du hattest vorher schon eine Beziehung? Ja, genau. Okay. Und dann waren wir eben feiern an dem Abend und hatten eigentlich auch eine gute Zeit, aber trotzdem haben wir uns so gedacht, naja, irgendwie sind die Leute hier ein bisschen langweilig und wir haben irgendwie voll den Spaß, wir tanzen richtig ab und... So wie Mädels tanzen im Kreis und dann, ja, okay. Ja, schon. Und dann kam eben ein Typ dazu. Und der hat wirklich gefeiert, also der hatte Spaß. Der hat sich in eure Gruppe gedrängt? Ja, wir waren so in der Gruppe gestanden und der kam dazu und hat einfach wirklich mitgemacht und wir waren selber überrascht und haben uns aber gefreut, weil wir so, boah, der feiert einfach mal richtig, wirklich einer, der hier Spaß hat. Und dann, ja, haben wir angefangen, uns gegen Ende des Sommers wieder zu treffen. Das heißt, du fingst an so richtig, dich zu verlieben? Ja, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Ich habe halt gedacht, naja, jetzt, der gefällt mir, den, vielleicht ist es ja der. Ich hatte ja schon diese Sehnsucht nach dem Einen. Dem Mann fürs Leben, würdest du sagen? Dem Mann fürs Leben. Ja, ich war, würde ich sagen, nicht der Typ jetzt für irgendwas Loses. Also ich wollte eine feste Beziehung mit dem Ziel, ja, das ist irgendwann der, mit dem ich mein Leben verbringe. Ihr seid dann zusammengekommen. Dann seid ihr verliebt gewesen. Ist er auch verliebt gewesen? Und dann? Ich würde sagen, eher mehr wie ich. Aber wir waren auf jeden Fall beide voll fixiert aufeinander. Und ich war zu dem Zeitpunkt ja noch in München und er schon in Nürnberg. Und, weil er ist nicht aus Deutschland gewesen, genau. Also er ist Südamerikaner? Er ist Südamerikaner gewesen. Er hat dann so eine Fernbeziehung gelebt, so ein bisschen. Genau. Hast du irgendwann mal gemerkt, dass es nicht so leicht ist oder war es insgesamt? Ja, es ist deswegen nicht so leicht gewesen, weil bei uns schon von Anfang an eben das Thema Eifersucht eine große Rolle gespielt hat. Ja, nur um so Beispiele zu sagen. Er hat halt, wir haben sehr viel WhatsApp-Nachrichten geschrieben, sehr viel getextet, sehr viel telefoniert und sowas. Und es war halt, es ging immer in so eine kontrollierende Richtung auch. So, ja, was machst du jetzt? Wo bist du jetzt? Sag mir genau, was du da und da machst. Und zu dem Zeitpunkt war das für mich, ich habe es schon gemerkt, aber einfach so. Was hast du gefühlt, wenn du das gesagt hast, war so ein bisschen kontrollierend? Also ich habe mich schon ein bisschen eingeengt gefühlt zu dem Zeitpunkt, aber ich würde sagen, ich habe es einfach noch nicht so ernst genommen als, ja, das belastet mich jetzt so arg. Ich würde mich auch, zu dem Zeitpunkt war ich auch ziemlich eifersüchtig. Also ich wollte auch schon wissen, was er immer macht und gleichzeitig waren das ja auch liebe Nachrichten. Also man hat jetzt nicht nur die ganze Zeit so geschrieben, ja. Du hast dann die Zelte in München abgebrochen, bist nach Nürnberg gezogen. Genau. Zu ihm in die Wohnung. Wie hat sich das denn entwickelt? Genau. Ich habe mein Studium in München abgebrochen und bin dann zu ihm gezogen. Und ja, wir sind halt eigentlich so ein bisschen blauäugig auch reingegangen in das Ganze und dann haben sich schon die ersten Streitereien angekündigt. Und auch das Thema Eifersucht ist halt nochmal sehr viel extremer geworden. Zum Beispiel, dass ich bei meinen Eltern war und er ruft an und sagt, ja, du bist jetzt bestimmt irgendwo gerade bei einem Typen. Und halt solche Aktionen halt aus dem Nichts. Und ich konnte auch damit nicht umgehen, weil das war ich nicht gewohnt in dem Ausmaß. Normale Eifersucht schon. Aber jetzt in so einem wirklichen, dass jemand einem was vorwirft, wo man ist oder dass man irgendwas macht, das habe ich nicht gekannt und das hat mich auch sehr verletzt. Ihr habt ja auch mehrfach angefangen oder oft dann angefangen zu streiten. Das ging dann so weit, dass er die Beziehung beendet hat. Ja, genau. Wie war das für dich in diesem Moment, als er jetzt Schluss gemacht hat? Wir haben dann irgendwann beschlossen, ja, vielleicht mit dem Wohnen das zu trennen. Und ich hatte dann ein Angebot für ein Studentenwohnheim. Und so ist das dann schon mal räumlich auseinandergegangen. Und das war dann auch für ihn so mehr oder minder dann der Zeitpunkt, wo er das erste Mal so, ja, ich glaube, ich will mich jetzt auch trennen. Und für mich war das natürlich das Schlimmste in dem Moment. Ich hatte absolut, für mich war das der Horror, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr mit ihm sein könnte. Oder alleine bin. Alleine bin, genau. Ich habe einfach, für mich war das so eine Eskalation in meinem Kopf einfach. Ich habe was so auf ihn fixiert, dass ich mir gedacht habe, nein, ich kann nicht ohne ihn sein. Ohne ihn, das habe ich in meinem Kopf gar nicht zugelassen. Ihr seid denn ja wieder zusammengekommen und dann gab es wieder Streit. Irgendwann seid ihr wieder auseinander. Das ging ja einige Jahre mit dieser On-Off-Beziehung. Insgesamt fünf Jahre, ja. Warum bist du dann nicht von ihm losgekommen, wenn das so hin und her ging? Und on und off und... Ja, also ich glaube einerseits, dass es mit meinen Vorstellungen zusammenhängt, dass ich halt, ich wollte unbedingt, dass es funktioniert, komme, was wolle, egal wie. Und ja, ich, so diese richtige Abhängigkeit kann ich zu dem Zeitpunkt nicht erklären. Jetzt meine ich, dass ich auf jeden Fall keinen Wert hatte und meinen Wert in ihm gesucht habe und versucht habe, dass er mir das gibt, was ich gesucht habe. Was natürlich schwierig war. Das heißt, du würdest sagen, oder in eigenen Worten, du hast keinen Wert für dich empfunden? Wie kannst du das anders beschreiben? Also ich denke, am Anfang war das okay vielleicht noch mein Wert, aber mit der Zeit, über die Beziehung hinweg, ist es halt immer mehr weggegangen. Und ich bin immer mehr quasi in mich zusammengebrochen. Also wie so ein Kartenhaus, das in sich zusammenbricht. Und ja, man hat sich irgendwie so an jeden Grashalm geklammert, der da noch irgendwie kommt. Also ich habe mich immer auf das noch irgendwie so, ja, jetzt macht er ja das noch ganz gut. Und da hat er das aber so lieb mit mir gemeint. Und da hat er doch jetzt Zeit mit mir verbracht. Also ich habe das dann schon immer auch vor anderen gerechtfertigt. Wie hast du dich gefühlt dabei? Natürlich innerlich blöd, weil ich natürlich wusste, naja, irgendwie, eigentlich führst du eine total schlechte Beziehung. Aber du verkaufst es nach außen, als wäre es schon eine voll tolle Beziehung. Und die anderen, denen du das verkauft hast, haben die das denn nicht gemerkt oder hinter diese Fassade geblickt und haben die dir dann nicht was raten können? Also man muss immer dazu sagen, dass ich vieles, was dann passiert ist, nicht erzählt habe. Das heißt, ich habe schon nur das erzählt, was gut war. Also gerade bei meinen Freunden. Ich wollte, dass alle denken, ja, die Biene hat eine gute Beziehung. Das ist toll. Meine Familie hat es natürlich sofort gemerkt und überhaupt gemerkt, dass es mir nicht gut ging. Dass es mir auch körperlich schlecht ging, dass ich abgenommen habe, extrem. Und ich selber das nicht gemerkt habe. Also ich habe das nicht gemerkt. Ja, dass ich einfach, meine Schwester hat immer gesagt, du hast überhaupt nicht gelacht in der Zeit. Halt nur immer so nach außen so ein unechtes Lachen. Ja, genau. Warum hast du das alles mit dir machen lassen? Ich meine, du warst in einer Beziehung, hast dich an jedem Grashalm geklammert. Warum hast du das mit dir machen lassen? Naja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich halt einfach, ich habe so die Liebe gesucht und so wollte, dass es funktioniert, dass ich einfach, und irgendwann war auch bei mir der Gedanke, ich bin jetzt schon so, nach zwei, drei Jahren habe ich gedacht, naja, jetzt habe ich so viel rein investiert und schon so viel reingesteckt auch. Ich kann jetzt nicht aufhören. Und für mich war das immer so, ich habe selbst auch immer gesagt, wenn wir uns trennen, dann musst du dich trennen. Ich kann es nicht. Für mich war das immer so, wirklich so die schlimmste Vorstellung, ja, jetzt nicht mehr mit ihm zu sein und dass ich aufgebe sozusagen. Dich selbst aufgebe? Ja, dass ich jetzt versage. Dass ich da versage und dass nicht eine gute Beziehung ist und nicht erfolgreich ist. Und ich wollte so auf Biegen und Brechen quasi schaffen, dass diese Beziehung funktioniert. Nach fünf Jahren ist die Beziehung dann ja tatsächlich richtig eskaliert. Was ist genau da passiert? Naja, der, also mein Exfreund und der Exfreund von meiner Schwester, die haben sich dann auf einer Studentenparty geprügelt. Und ja, da ist es dann ziemlich eskaliert alles. Und daraufhin haben wir uns dann wieder getrennt. Warum ist das eskaliert? Ich meine, man prügelt sich ja nicht ohne weiteres. Ja, die haben sich schon am Anfang verstanden, dann wieder nicht verstanden. Dann gab es viel Gerede allgemein und ja, das, da hat eins zum anderen geführt, würde ich jetzt mal sagen. Wie weit geht das mit diesem, dass es eskaliert ist? Mit der Schlägerei, ja, bis vor das Gericht. Und ab dem Zeitpunkt war natürlich eher auch von meiner, also von meiner Familienseite und so natürlich auch ein bisschen so der Sündenbock auch. Ja, der tut dir nicht gut, Biene. Und jetzt passiert auch noch sowas. Also das war schon nochmal so das Sahnehäubchen. Aber das war jetzt aber auch kein Grund für dich, sich von ihm zu trennen. Oder hast du immer noch in die Beziehung so sehr investiert wie früher? Also es war ganz komisch, weil eigentlich, wir haben uns ja an diesem Abend getrennt, aber trotzdem kam mir das danach wieder, dass ich wieder so dieses gespürt habe, ich muss wieder zu ihm hin. Ich habe wieder das Verlangen, hinzugehen zu ihm, ihn zu schreiben, ihn zu sehen. Also ich hatte das Verlangen nach wie vor dann und konnte es mir dann, mein rationaler Menschenverstand hat schon gesagt, hä, der hat solche Sachen gemacht, der hat dich eigentlich nicht wirklich gut behandelt und du willst wieder zu dem hin. Und habe schon mit gar keinem mehr darüber geredet, weil ich wusste, wie alle darüber denken. Du sagst, du konntest mit keinem mehr darüber reden. Gab es denn nicht irgendjemanden, dem du dich überhaupt noch anvertrauen konntest, dem du irgendwie sagen konntest, wie es dir wirklich geht? Also ich habe mich meiner Schwester schon teilweise anvertraut, also ich habe zwei Schwestern. Meine eine Schwester habe ich mich teilweise anvertraut, aber für mich war das teilweise unerträglich, dass ich wusste, wie alle über mich denken. Dass alle über mich denken, warum tut sie das? Mir haben das Leute auch gesagt, Wiener, du kannst jeden haben, was willst du von dem? Warum lässt du das mit dir machen? Und ich selber habe das als voll schmerzhaft empfunden, weil ich wusste ja, ich kann nicht raus, ich will, aber selbst wenn ich wollte, weil da wollte ich dann absolut schon raus, ich kann nicht. Konntest du das irgendwie aufschreiben? Weil manchmal hilft dir aufschreiben und auf einmal kann man das dann formulieren. Ja, genau. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann relativ, nicht jeden Tag, aber habe angefangen, ein Tagebuch zu schreiben und Dinge aufzuschreiben. Und da kam dann auch Gott das erste Mal ins Spiel. Ich habe dann angefangen aufzuschreiben, Liebes Tagebuch und Hallo Gott, sowas. Ja, du hast ja alles in der Hand und du machst das schon. Und ich vertraue dir jetzt ganz und ja, ich habe ihn schon zu dem Zeitpunkt, obwohl ich ihn noch nicht persönlich kannte, mehr oder minder um Hilfe gebeten. Was hast du dir denn von Gott gewünscht? Ich habe mir, tatsächlich habe ich mir nicht die Gedanken gemacht, was ich mir von Gott direkt wünsche, sondern eher, was ich mir generell damals so vom Leben gewünscht hätte. Und ich habe mir damals einfach gewünscht, frei zu sein, frei von der Last einerseits. Aber gleichzeitig war mein Kopf so wirklich voll damit, dass ich wirklich mit ihm das haben wollte. Also ich wollte, dass er sich einfach gut mir gegenüber verhält und dass wir beide das hinkriegen. Dieses Hinkriegen und wir schaffen das, das war so. Und das hast du auch von Gott gehofft, dass das irgendwie unterstützen würde. Ich meine, dein Freund ist dann ja wieder nach Südamerika geflogen, zu deiner Familie. Es war Weihnachten, es war Silvester. Wie war das denn jetzt in dieser Zeit für dich? Ja, das war auch eine schwierige Zeit, weil da am Anfang auch vom Schreiben, wir haben auch, wir haben über die ganze Zeit trotzdem weiter viel geschrieben, auch schon wie ganz am Anfang von der Beziehung. Und da ging es dann wieder so voll in die andere extreme Richtung. Boah, ich weiß, du bist die Frau für mein Leben. Und also er hat das schon sehr, sehr ausgeholt und alle um mich rum schon so, oder meine Schwestern halt wieder, ja, das kann man nicht mehr ernst nehmen, weil der hat dir so viel gesagt und das ist alles nicht eingetreten und der hat so viel geredet. Und dann war es eben auch so, dass es irgendwie eine Zeit kam, wo so weniger Kontakt irgendwie und ich habe mir gedacht, jetzt stimmt schon wieder irgendwas nicht, jetzt geht schon wieder irgendwas los. Während er nicht da war, über Weihnachten, Silvester. Und dann in mir kam schon, dass irgendwas stimmt wieder nicht und wir gehen schon wieder auf eine Trennung zu oder auf eine Entfernung und Distanzierung. Und dann, genau, hätte ich ihn eben, wie gesagt, an dem einen Tag eben abholen wollen. Vom Flughafen, ja. Vom Flughafen, genau, wo er zurückgekommen ist, eben wieder aus Südamerika. Und dann sagt er schon so, nee, du brauchst mich nicht abholen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich schon gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich habe echt schon gedacht, ja, also ich habe es einfach alles so hingenommen dann, aber innerlich war ich da schon so komplett zerbrochen. Aber ich meine, man hat den Tag geplant, man will ihn abholen, der Abend ist verplant, jetzt ist auf einmal alles nichts. Ja, er hat es einfach so, ja, nee, jetzt brauchst mich nicht mehr abholen. Und, na ja, ich hatte an diesem Abend dann tatsächlich was vor. Und zwar hat bei uns eben die Studentenmission Deutschland, die hatten so eine Aktion, Pizza für eine Frage, was du einem Christen schon immer mal fragen wolltest oder was du von einem Christen schon immer mal wissen wolltest. Pizza für eine Frage. Was war das für eine Aktion? Ja, man konnte halt dann eine E-Mail hinschicken an die und sagen, welche Pizza die einem bringen sollen und welche Frage man hat an den Christen. Und du hattest eine Frage? Ich hatte sogar zwei. Und hast du zwei Pizzen bekommen oder was waren die Fragen? Nee, ich habe eine Pizza bekommen und ich habe zwei Fragen gestellt. Ich habe gefragt, was für einen Christen Glück ist und warum das Leben von einem Christ besser sein soll, wie von einem Nichtchristen. Warum kommst du auf diese beiden Fragen? Also ich habe gefragt, was Glück für einen Christen ist, weil ich voll unglücklich war. Und weil ich innerlich so, ich wusste wirklich, ich habe mir die Frage gestellt, was ist Glück? Ich bin null glücklich und sind andere glücklich? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach bei mir gesehen, ich bin es nicht. Und die andere Frage habe ich deswegen gestellt, weil ich habe zwar das Leben von meinen Eltern als Christen gesehen und die beiden auch immer so voll ideal, total, was weiß ich, 30 Jahre verheiratet, immer top, Vorbild als Ehe und so. Aber ich habe das so nicht wahrgenommen, dass das Jesus ist, was die Beziehung ausmacht. Für mich war das so, naja, warum soll ich jetzt was annehmen? Oder warum soll ich jetzt an Jesus glauben? Ich brauche ihn doch gar nicht. Ich muss nur das in den Griff kriegen. Ich muss nur diese Beziehung hinkriegen und alle anderen Lebensbereiche bei mir laufen doch eigentlich. Also warum, ja, ich muss das doch nur hinkriegen. Jetzt stelle ich mir das vor, also anstatt zum Flughafen zu fahren und deinen Freund abzuholen, klingelt es an der Tür und da stehen... Zwei. Und die haben eine Pizza in der Hand? Die haben eine Pizza in der Hand, die haben sie mir dann auch gegeben, die habe ich dann weggestellt und dann haben sie mir meine Fragen beantwortet. Wie war das für dich? Das ist ein bisschen strange, finde ich. Ja, das war ganz lustig, weil ich habe in dem Moment gesagt, ah, das ist ja nett, ja, meine Eltern, die sind auch Christen und habe halt nur wieder so geredet. Also Fassade, Sabine. Ja, ja, ja. Ich habe gar nicht das auf mich bezogen so, obwohl es ja meine Fragen waren. Ich habe nur gedacht, mhm, okay, ja, sie können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Ja, macht Sinn irgendwie. Und ah, ja, Glück. Okay, Segen. Ja, Segen ist schön. Aber ich habe halt wirklich, das in dem Moment war das einfach nur so, ja, schön, meine Eltern, die sind auch Christen, ach, das ist ja toll. Und eigentlich so, schon auch trotzdem so ein bisschen, ja, passt für euch, gut. Und, ähm... Dann sind sie einfach gegangen, ohne dass irgendwie... Dann haben sie sich nett verabschiedet. Meine Pizza stand immer noch da. Die habe ich an dem Tag auch nicht mehr gegessen. Und was passierte dann? Ich meine, der Abend war jetzt vollgelaufen. Ja, dann ging es los. Also dann, ich kann das bis heute nicht erklären, was dann passiert ist im Endeffekt. Aber bei mir im Bauch ist so, wie wenn einmal komplett so... Und, ähm... Ich, ich lege mich in mein Bett und fange richtig bitterlich an zu weinen. Und habe eben, ich kann es von der Zeit gar nicht sagen, 20 Minuten, 30 Minuten geheult, aber wirklich bitterlich geweint. Worüber? Ich habe einfach in dem Moment, es war wie wenn Gott mich mit seiner Liebe umarmt. Also es ist so wie wenn Gott höchstpersönlich kommt, mich umarmt und sagt, du bist wertvoll. Du bist so wertvoll. Und darüber hast du geweint? Ja, könnte ich auch jetzt wieder. Das ist doch eigentlich was Schönes. Ja, das ist so berührend. Und, ähm... Ja, könnte ich jetzt schon wieder anfangen. Das ist, das ist wirklich... Das war, das war der, der Moment von Gott und mir. Also wirklich in dem Moment wusste ich, ich bin geliebt, was ich zuvor einfach gewollt habe, aber nicht bekommen habe, so ungefähr, ja. Ich habe das gedacht, dass ich das in der Beziehung bekomme, aber nicht bekommen habe. Und Gott hat mir das in dem Moment gezeigt, dass er das ist. Dass er das ist, der mein Herz füllen will. Und dass er der ist, der mich... Ich habe auch in dem Moment gewusst, er hat mich gesehen, die Jahre davor. Und er hat mich weggeschaut. Und das war für mich so... Ich habe so oft gedacht, sieht mich keiner. Sieht mich keiner. Sieht keiner, dass ich... Obwohl so viele Leute gesagt haben, Wiener, dir geht es nicht gut. Wiener, das geht so nicht weiter. Habe ich trotzdem immer das Gefühl gehabt, mich sieht keiner wirklich, wie es mir geht oder so. Weil ich ja auch die Fassade gespielt habe. Ja. Also es war ja... Ich meine, das war jetzt ein Abend, du hast geweint, das kann man ja sagen, das war ein emotionaler Zusammenbruch. Wie verliefen denn dann die nächsten Tage? Hast du denn noch darüber nachgedacht? Ja. Ich habe am ersten Moment gedacht, naja, das war halt jetzt ein krasser Moment. Aber jetzt wird sich wahrscheinlich eh wieder alles so wie immer weitergehen. Und es war aber dann nicht so. Also ich habe dann tatsächlich gemerkt, so die Folgetage, ich war noch total irgendwie so ein bisschen neben mir. Weil ich meine, es ist ja ein krasses, wenn Gott das Herz berührt, das ist ein krasses Erlebnis. Und dann habe ich aber gemerkt, boah, ich habe auf einmal voll den Hunger nach der Bibel. Ich habe es so einen Hunger bekommen zu lesen. Ich habe am Anfang so viele Predigten angeschaut, so viel gelesen. Ich war mitten in der Klausurenphase eigentlich von der Uni aus, aber ich habe, glaube ich, drei Stunden am Tag gelesen. Hast du das deinem Freund dann erzählt oder dem aus Amerika? Ja. Wie hat der reagiert? Ich habe es ihm dann erzählt und habe auch zu ihm gesagt, hey, ich glaube auch du brauchst die so sehen. Bin dann gleich so gekommen. Und habe ihm gesagt, ja, hey, er bringt die Lösung und er wird dein Leben auch verändern, weil ich wusste, er hat viele Probleme. Und er war gar nicht so unoffen am Anfang. Er war relativ offen dafür. Dann war aber wieder so eine Zeit, wo es wieder sich distanziert hat bei uns. Zum Geburtstag habe ich ihm dann eine Bibel geschenkt im Februar. Und ja, das mit ihm ging dann aber tatsächlich immer noch so auf und ab und ich konnte da immer noch nicht ganz raus. Konntest du dich dann auch trennen von ihm einmal oder? Zu dem Zeitpunkt noch nicht, nee. Sondern? Wann kam der Zeitpunkt? Genau, ich habe dann ein halbes Jahr ungefähr mit Jesus schon gelebt und auch bewusst nochmal mein Leben übergeben und auch Gemeinschaft gesucht. Also ich habe auch dann gleich wirklich gute Freunde kennengelernt, die mir auch da wirklich, mit denen ich sehr gute Gespräche auch hatte, die mir dann auch gesagt haben, Biene, es ist auch ein Prozess. Weil ich dann gemerkt habe, ich muss jetzt raus aus der Beziehung. Ich kann nicht zweigleisig fahren. Ich habe gemerkt, und es hat er auch gemerkt, dass ich voll on fire war für Jesus, dass ich voll schon mit ihm angefangen habe, meine Beziehung zu leben. Und gleichzeitig war ich noch in dieser Beziehung, die fünf Jahre eben war. Und das ging auch, in der Zeit habe ich auch sehr viel aufgeschrieben, eigentlich fast täglich. Und da merkt man es auch, ich habe das vor ein paar Tagen wieder gelesen, da merkt man einfach so, wie das sich zugespitzt hat. Am Anfang dachte ich noch, ja, vielleicht ist es jetzt Gottes Plan, dass er sich auch bekehrt und dass er jetzt auch zu Jesus findet. Und dann hat sich das auch gelohnt, dass ich jetzt fünf Jahre durchgehalten habe, wenn das jetzt das sein soll. Und mit der Zeit hat sich das aber geändert? In welche Richtung? Mit der Zeit habe ich gemerkt, es kann nicht so sein, weil er war dann sehr viel distanzierter wieder. Er hat sich eigentlich doch wieder alle mehr oder minder verschlossen. Und ich habe gemerkt, boah, ich muss raus. Ich muss raus, ich muss jetzt davon frei werden, weil ich, das ist anscheinend nicht Gottes Wille. Und als du Schluss gemacht hast, wie ging es dir dann? Ja, wir waren dann, ich habe mich dann taufen lassen im Sommer und an dem Tag hat mich Jesus dann wirklich frei gemacht. Er hat dann echt komplett mich frei gemacht. Und da sind wir dann erst sogar dabei gewesen an meiner Taufe und im Anschluss sind wir mit der U-Bahn heimgefahren. Und da habe ich so innerlich gespürt, jetzt, okay, jetzt ist der Moment, jetzt gehen wir auseinander. Das war so eine innerliche Gewissheit, jetzt ist es vorbei. Wie hast du dich gefühlt? Ich meine, jahrelang hat es dich gekillt, wenn du aus der Beziehung raus bist und jetzt? Ganz am Anfang konnte ich, also so die ersten zwei, drei Tage war ich natürlich noch so ein bisschen, ja, was ist jetzt los? Ist das jetzt echt? Also so fast schon wie am Anfang, wo ich Gott kennengelernt habe. So, ist das jetzt echt? Halt das jetzt an! Und dann habe ich aber schon da voll den krassen Unterschied gemerkt, weil ich gemerkt habe, ich habe nicht mehr das Verlangen, ihm schreiben zu müssen. Ich habe nicht mehr das Verlangen, ihn sehen zu müssen. Ich konnte es wirklich abschließen und ich habe ihn ab dem Tag kein einziges Mal vermisst. Ich habe halt eher gemerkt, dass das voll die Lügen waren. Du hast jahrelang gedacht, du bist wertlos und dass du eigentlich nur einen Wert hast in der Beziehung zu ihm. Und jetzt ist es die Beziehung zu Ende. Was ist dein Wert? Mein Wert liegt absolut im Kreuz. Ich weiß, das ist so, Jesus hat mir das so gezeigt, dass mein Wert darin liegt, was er gemacht hat für mich, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, weil alles andere ist verrückt beim Leben. Alles andere, aber das nicht. Und jedes Mal wieder, wenn ich mir das sage, dann mein Herz wird ganz warm, weil ich einfach weiß, mein Wert nie wieder wird irgendwer meinen Wert hier definieren auf dieser Erde. Nie wieder wird jemand meinen Wert zerstören können. Mein Wert ist ewig. Hast du nicht Angst, dann jetzt in der Beziehung zu einem anderen Mann, dass das auch wieder kompliziert wird? Nee, weil ich habe auch in dem Bereich jetzt mein komplettes Vertrauen in den Herrn gelegt und es hat sich ausgezahlt. Das heißt? Das heißt, ich bin verlobt. Genau. Und nein, ich habe einfach echt die Erfahrung gemacht, ab da, wo ich frei war, wirklich frei war. Wirklich, dass es die beste Entscheidung war, Jesus in jedem Bereich an erste Stelle zu stellen, auch wenn es nicht immer einfach war. Es war ein großer Prozess. Ich habe auch viel Heilung erlebt über die vergangene Zeit. Aber das ist einfach das Beste, in dem mein Herz ist so erfüllt. Herzlichen Glückwunsch für die Verlobung. Danke. Und alles Gute für euch. Dankeschön. Sabine Blöchel hat erlebt, wahre Liebe engt nicht ein, sondern sie macht frei. So ist auch Gottes Liebe. Er drängt sie niemandem auf. Er bietet sie an, auch dir. Wenn du sie annehmen möchtest, dann sag es Gott einfach mit deinen eigenen Worten. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du uns gerne eine Mail schreiben. Noch mehr Geschichten über Gottes Liebe findest du in unserer Mediathek oder hier auf diesem Kanal. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.